Ja, euer Woody hier. Und zwar ist das hier eine Live-Commentary. Ist ein bisschen lange her, dass ich mal eine Commentary gemacht habe. Aber wir spielen hier auf Insel Kark Team Deathmatch. Und wir hören schon, wir verlieren. Deswegen muss der General hier jetzt her. Und die Lage regeln, ne? Wir spielen hier mit meiner M16. Für mich die beste Waffe im Spiel. Mit Red Dot. Und hier geht's schon... Und hier geht's schon ordentlich zur Sache. Mit Mündungsfeuerdämpfer oder wie auch immer das heißt. Nicht mit Schalldämpfer. Normalerweise spiele ich immer mit Schalldämpfer. Alter, wie... Oh, okay. 13 gegen 13. Das wird lustig mit den Spawns auf jeden Fall, wenn so viele auf dem Server sind. Oh, 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 oh. Komm, komm raus. Komm raus. Okay. Mein Teamkollege hat ihn erwischt. Ah! Und wiederbeleben. Zack, weiter geht's. Alles klar. Na, haben wir hier jemanden. Wow! Oh, der Typ bewegt sich null. Der Typ muss sich bewegen. Meine Fresse. Der Typ muss sich bewegen. So. So. Erster Tod schon nach geschätzten 10 Sekunden. Nicht optimal. Aber ich versuche jetzt einfach mein Bestes zu machen. Na? Okay. Rechts sind ganz viele. Da oben höchstwahrscheinlich auch. Und ich war richtig. Und ganz viele Hit-Marke. Aber kein Kill. Oh, 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 oh. Ja. Ja, unten, oben. Die sind überall. Leck mich fett. Hey, ich brauche... Jetzt bräuchte ich eine... Na? Na? Oh? Oh? Wat? Oh, Claymore hat ihn erwischt. Unnötige Munition verschwendet hier auf jeden Fall. Und einen habe ich erwischt. Da hinten ist noch ein Sniper. Ja. Oh, Teamkollege hinter dir musst du aufpassen. Allmächtig. Okay. Alles klar. Und weiter geht's. Ach, hier geht's echt wirklich... Also rechts von mir geht's wirklich ab. Ich versuche jetzt nach vorne zu... Sprinten! 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 Ja, die schießen schon alle auf mich, glaube ich. Na? Aber ich fahre jetzt eine Granate hoch in die Lüfte. Gucken, ob ich was erwische. Und Tatsache! Wunderbar! Wow! Nicht so wunderbar. Aber dieses Suppression, ne? Das ist echt so mega... Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich campe jetzt hier erstmal. Beziehungsweise... Ich warte taktisch halt hinter mir. Okay, Kollege hat ihn. Oh, oh, da sind auch tausend Leute. Allgottes Willen. Und wir verlieren hier wirklich stark. Oh, Junge! Ah, Junge, Junge. So. Aha. Was? Was? Was, 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 was? Sorry, Teamkollege, konnte ich nicht wieder überleben. Ich bin hier unter Stress. Okay. Boah, Alter, da kann man echt nicht... Oh, wie sie sich nicht bewegen, ey. Das ist doch... Junge, geht mal raus aus euren scheiß Löchern. Das gibt's doch gar nicht. Nehmt eure Beine in die Hand und spielt das verdammte Spiel. So, Kollege, du bist nicht tot. Doch, bist du. Und Mega Suppression übertreib hier wieder. Okay. Rechts von mir. Ja. Oh, Junge, 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 Junge. Das war schön. Nur leider gewinnen wir hier nicht. Wirklich. Na, komm. Ah, Mann. Boah. Hier explodiert alles. Ich versuche wieder nach vorne zu rushen. Aber da warten sie schon. Heuer. Heuer. Und. Bist du down? Oh ja. Du bist alles andere als gesund. Okay, hinter mir ist alles frei. Ach, wat? Was willst du denn? Oh, oh, oh. 24 Leben nur noch. Und der kommt gleich hier von hinten. Richtig. Aber ein Teamkollege hat alles unter Kontrolle. Das ist doch schon mal wunderbar. Okay. Wow. Schießt eure RPGs nicht hier um meine Ohren. Nicht cool. So, den Typen haben wir. Ich weiß gar nicht, wie mein Score gerade ist. Interessiert mich auch gerade wenig. Also, Gewinnschaften auf keinen Fall mehr. Das ist so möglich. Oh. Ich werde von Camper-Snipern hier schon wieder abgeschissen. Ich werde von Camper-Snipern hier abgeschissen. Habt ihr mal wieder eine kleine Commentary von mir gehabt. Und, ach guck mal, wir sind erst mit 12 und 2. Ja, damit bis zum nächsten Video, ne?